Antenne! Georg! Georg! Ja, Tommy, was hast du denn? Ich kann nicht schlafen, Georg. Kannst nicht schlafen? Warum denn nicht? Ich weiß nicht, ich kann nicht schlafen. Da werden wir gleich was machen, Tommy. Schaut, dass du einmal die Eigerlern zumachen. Und dann tust du ganz fest in den Bauch reinatmen, sodass du einen Luftballon aufbläst. Gell? Jo, brav. Was hat denn der Luftballon für eine Farbe, die du aufbläst? Grün. Oh, so eine schöne Farbe grün. Jo, brav. Und jetzt werden schon langsam deine Füßlein schlafen. Und an den Händen. Und jetzt an den Bauch. Und jetzt die Augen. Und dann den Händen. Ja. 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 Ja.